Musik Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei That's Me, der Nummer 1 für alle Männer da draußen, wenn es um Mode und Leister geht. Herzlich willkommen zum neuen, lang ersehnten Video und zwar meine Top 5 Düfte für das Jahr 2017. Bevor wir mit dem Video starten, das ist ganz allein meine Meinung, ihr wisst, Geschmäcker sind komplett unterschiedlich. Der eine mag das, der andere mag das. Basiert wirklich nur darauf, was meine Nase hier mag. Dementsprechend interessiert es mich natürlich und schreibt es doch gerne auch mal jetzt direkt in die Kommentare. Was ist dein persönlicher Lieblingsduft momentan? Welchen Duft nimmst du jetzt gerade und sagst, das ist mein Lieblingsduft, den finde ich am aller allerbesten. So und dann starte ich nämlich auch mit meinem absoluten Lieblingsduft und zwar ist es von Victor und Rolf Spicebomb. Ja, ich blende auch zwischendurch immer die Bilder ein, damit ihr seht, wie das Ganze aussieht. Ich verlinke es euch natürlich auch unten in der Infobox. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendein Parfüm entdeckt, was ihr so noch nicht kanntet, dann könnt ihr das natürlich unten finden. Und auf jeden Fall bin ich da vor circa einem Jahr drauf gestoßen und da liebe Grüße an Paul Klix. Hat auch einen Bestseller geschrieben, nackt gut aussehen. Und dieser junge Mann ist mir vor gar nicht allzu langer Zeit, ich muss immer lachen, weil ich ja wie eine Meier denke, ist mir vor gar nicht allzu langer Zeit auf einer Veranstaltung begegnet und ich habe gesagt, ey, ich bin auch ein Mensch und das kann ich euch auch nur empfehlen. Wenn ihr mal irgendwie einen krassen Duft riecht und ihr nicht wisst, was es für einer ist, ja, sprecht die Person direkt an, weil es ist ziemlich schwer, zu einer Verkäuferin zu gehen und sagen, ich habe da was gerochen und das roch so. Also wisst ihr, was ich meine? Es ist schwer zu beschreiben, wie ein Duft riecht. So, ja, man kann sagen, Hölzer, egal, ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall habe ich ihn direkt angehauen und er sagt, ey, der hat mir da sogar das Parfüm geschenkt und so. Deshalb dickes Shoutout, checkt ihm ab, gutes Buch geschrieben, nackt gut aussehen. Liebe Grüße an Paul Klix und ich muss sagen, das ist momentan mein absoluter Lieblingsduft. Viele Leute nennen diesen Duft auch Erotik. Ja, leider könnt ihr ihn nicht riechen, checkt ihm ab. Spice Bomb Victor und Rolf, das ist ein Geruch, den riechst du und den hast du vorher einfach noch nie gerochen, ohne Spaß. Ich will jetzt auch nicht zu sehr diesen Duft pushen und so, ich habe keine Kooperation, das ganze Video ist kein Placement, selbst die Link unten sind keine Affiliate Links, sondern ich mache das wirklich jetzt hier einfach nur für euch und haue mal meine Top 5 Düfte raus. Also momentan Lieblingsduft Victor und Rolf, Spice Bomb. Nächster Duft auf jeden Fall, wie schon mal in einem Video erwähnt, Creed Aventus. Ich finde den für mich einer der männlichsten, herrsten Düfte, die es so momentan auf dem Markt gibt. Und ich glaube, es gibt diesen Duft auch mittlerweile bei Douglas zu kaufen. Also wenn es ihn bei Douglas gibt, werdet ihr den Link auf jeden Fall unten in der Infobox finden. Aber Creed Aventus, Hammerduft. Für mich der männlichste, maskulinste Duft, feiere ich extrem. Dann komme ich zu ein paar Düften, die mir auch sehr gut gefallen, die aber ein bisschen spezieller sind und auch sehr teuer. Und zwar sind es die Kilian Düfte. Aber was hierbei entscheidend ist, ihr müsst nicht 20 Spritzer machen, nochmal hier. Sondern ihr könnt einen Spritzer machen und das ist sehr, 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 sehr intensiv. Dementsprechend die Kilian Düfte sind auch nochmal extravagant, ein bisschen würziger. Aber Hammer, muss ich auch sagen. Wiedererkennungswert 100. Also die Leute riechen das und fragen mal, was ist das für ein Geruch? Kommen wir zu einem, den vielleicht auch viele Leute von euch nicht kennen. Wobei eigentlich sehr, sehr viele Leute Marc Jacobs kennen. Aber der Duft Bang. Es sieht ziemlich nice aus, so eine Faust, die da so reingeknallt ist. Den mag ich auch sehr gerne, wobei der auch ein bisschen herber ist, ein bisschen männlicher. Ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht so der größte Freund von diesen süßen Düften. Wenn ja, dann mag ich die Job-Düfte ganz gerne. Aber ich bin eher so ein bisschen dieses würzige, männliche Kaminfeuer. Mag ich noch die Tom Ford Düfte. Sehr, sehr speziell. Ich merke gerade, es wird mehr als Top 5. Und Gucci bei Gucci packe ich auch noch ganz schnell mit euch rein. Leute, das ist ein Klassiker. Also jetzt für alle Männer nochmal, wirklich preis-leistungsmäßig ist das noch so im Okayen. Gucci bei Gucci ist, ey, der geht immer. Der geht wirklich immer. Das ist ein richtig guter Duft. Und natürlich der Klassiker Chanel. Alles blende ich hier nochmal ein. Auch wirklich so ein, ich glaube, das ist der Top 1 Favorite. Bei den Männern auch. Ist auch ein super, super Geruch. Wenn ich mir immer Lust habe, dass ich euch Parfüm zeige, was auch wirklich günstiger ist. Ich zeige jetzt gerade, was ich persönlich benutze. Und versuche auch euch da draußen, zum Beispiel Victor und Reuf. Ich denke nicht, dass so viele Leute diesen Duft kennen, als jetzt nicht so extrem Mainstream ist. Genau wie Kylian oder Creed Aventus war auch nicht so. Aber wenn ihr Bock habt, dass ich mal so ein bisschen Mainstreamiger machen will. Wirklich die Düfte, die ja jeder kennt. So meine Top 5, die auch ein bisschen günstiger sind. Dann lasst mir gerne mal einen Daumen nach oben da. Dann mache ich nochmal so einen zweiten Teil davon mit Düften. Das war jetzt wirklich nur meine persönliche Meinung. Und das, was ich derzeit verwende oder was ich momentan sehr, sehr gut finde. Aber ich kann wirklich nochmal so einen Top 5 Mainstream-Duft machen. Für jeden erschwinglich, mehr oder weniger. Mein erstes Parfüm war übrigens mit zwölf Jahren, habe ich mir das geholt, Hugo Boss Bottle. So, mein allererster Duft mit zwölf Jahren. So lange gibt es den schon. Gibt es wahrscheinlich schon so viel länger. Aber wie gesagt, wenn ihr das haben wollt, gerne mal einen Daumen nach oben da lassen. Ich hoffe, dass es euch so ein bisschen gefallen hat, meine Top 5 Parfümsorten. Wenn ihr andere Top 5s von mir haben wollt, lasst es mich wissen in den Kommentaren. Und schreibt selber gerne mal rein, was benutzt ihr jetzt gerade derzeit. Abonniert meinen Kanal. Ich freue mich auf das nächste Video. Mein Name ist Marc Eggers. Wir sehen uns bald.